So, hallo, und da sind wir auch wieder. Wir bauen gerade unseren Raumhafen aus, wie man in der letzten Folge gesehen hat. Oh, wir haben wieder Besuch. Diese Idioten haben doch keine Ahnung. Verladen Sie Ihr Fahrzeug mit 14 Neuroimplantaten. Machen wir. Kriegen wir einen Haufen Kohle. Früher oder später wird diese Sache für Probleme sein. Gerne. So, als allererstes mal das hier. Das ist wieder... Oh, wo ist es? Da. Raumhafenerweiterung genehmigt. Ehrlich? Bau abschließen. Ja. Was fehlt? Pedro, verdammt. Ja gut, dann machen wir das. Angekoppelt. Hier ist unser Schiff und das bringen wir mal zu der da. Verstanden. Ach man. Und du wolltest was? Ach ja, die Neuroimplantaten. Kriegen wir alles hin. Was willst du hier? Hey, könntest du mir helfen? Sammeln Sie Container mit Ihrem Fahrzeug. Mach ich auch. Das sind wirklich gute Neuigkeiten. Ausladen. Unsere Zukunft ist bei Ihnen in guten Händen. So, hoffentlich können wir so viel neuere Implantate nehmen. Ach, ein Implantat fehlt uns. Kacke. Äh, ein Petrochemikalier. Ja. Könnt ihr ihn da nehmen. Volle Kraft voraus. Ah, zum kleinen Frachter. Halt. Nein. Jetzt. Ah. Ich hab das jetzt eingestellt. Übrigens, man müsste eigentlich jetzt meinen Mausfall sehen. Hoffe ich zumindest. Es fällt mir jetzt gerade seit vier Folgen auf. Oder drei aufgenommenen Folgen. Wo ist denn unser Schiff? Ach, da kommt's. So, und da muss ich auch mal gucken, hier unsere... Mal gucken. Hier. Schade, wir können nichts aufrüsten. Ich bin erstaunt. Gut gemacht. So, und unser anderer Auftrag war... Container einsammeln. Das, der gibt dafür echt 53 Petro? Krass. Ja gut, mir kommt's recht. Ich hab... Ich hab nichts dagegen. Ah, das macht jetzt wieder richtig Spaß, Anno zu spielen. Die ganze Zeit, weil es halt nicht voran ging. Da war irgendwie so ne... So ne Flaute drin. Aber jetzt... Muss ich Sie an Ihre Pflicht erinnern? Im Gange. Wir setzen normalerweise keine Gewalt. Aber diesmal... Vor der Ries... Ich würde euch gerne helfen, Leute, aber meine... Ich nenn's mal... Ah... Die ist halt noch nicht so weit. So, hier legt einer gerade neu an. Gute Arbeit. Sehr wohl. So, Raumhafen abschließen, bitte. Plupp. Jawohl. Raumhafen abgeschlossen. Süß, süß, süß. So, da drüben hat er angelegt. Äh... Beladen Sie Ihr Fahrzeug... Ach, mit Metallschaum. Kein Problem. Metallschaum haben wir in Hülle und Fülle, wie ich oben seh. Aufladen. Koordinaten bestätigt. Oh, wieder zum kleinen Frachter. Da hinten. Ja gut, da gucke ich jetzt nicht, wie lange da war. So. Wir könnten noch ein bisschen ins Plus kommen, ne? Was haben wir denn hier? Ah ja, das Ding brauchen wir doch. Können wir das... Ah ja, das wird hier dran. Weil das brauchen wir ja hierfür. Sonst haben wir keine Energie. Wie wird das... Wie funktioniert das Gerät denn? Wir brauchen einen ganz kleinen Wärmekreis. Das ist die beste denkbare Methode. Erfolg freigeschaltet. Eine Angelegenheit für den Boss. Volle Kraft voraus. Da ist schon wieder jemand. Diese Idioten haben doch keine Ahnung. Sammeln sie Container mit ihrem Fahrzeug. Irgendjemand muss es hämmern. Ah, da hinten. Huch, jetzt sind wir wieder dick im Minus. Hoppla. Das darf nicht passieren. Wie erweitert man das denn denn? Ah, mit Bohrern. Funktioniert unser Geschäft da hinten wieder? Ja, wir haben genug Einkommen, also brauchen wir das Ding erstmal nicht erweitern. Äh, wo haben wir denn Ausgaben so viele? Wie immer bei der Wartung. Wenn wir das Ding jetzt hier aufheizen. Arbeitskraftwartung. Energiewartung. Und Gistikwartung. Oh, Drohnen. Das müssten wir eigentlich überall machen. Hier auch. Drohnen, Drohnen, Drohnen. Ah ja, hat das... Da haben wir noch einen. Ah, wir gehen wieder ins Minus. Das gefällt mir nicht. So. Das bringen wir wieder zurück. Zu ihm. Was willst du? Es freut mich, Sie zu sehen. Haben Sie Interesse an eine Boots? Jo. Machen wir. Wo auch immer dieses Schiff ist. Also Neuroimplantate haben wir genug. Wir brauchen mehr Stimulantien. Mehr Konserven. Ich verbrauche mehr Konserven. Okay. Und Aluminium. Wir brauchen fucking Aluminium. Ey, das ist doch unglaublich. Hier haben wir nur einen Aluminiumbohrer. Zwei. Drei. Jetzt haben wir hier noch drei. Plus fünf. Jetzt sind wir auch bei Aluminium. Plus wunderbar. Das ist alles umsonst gewesen. Ich frage nur ungern. Aber ich sitze in der Klemme. Verstehst du? Erstmal nicht. Wir haben noch einen anderen Auftrag. Das ist alles umsonst. Der Schlepper ist ja nicht so weit weg. Gott sei Dank. Oh. Unser Schiff angerauscht. Und das bringen wir zurück zu ihm. Großartige Arbeit, mein Freund. Ich bin stolz auf Sie. Dankeschön. Usuyev Incorporated ist eine Größe in der chemischen Industrie. Diese Firma könnte sich als wertvoller Partner erweisen. Ja. Mal schauen. Okay. Wir brauchen... Hier haben wir anstecken. Wir haben genug Arbeiter. Das sind also 20 Arbeiter pro Block. Da und da. Und hier und da. Davon haben wir ja mehr als genug. Wenn ich hier oben gerade sehe, dann können wir das ja überall mal machen. Oder? Hier. Tschüss. Was ist hier? Genau. Da haben sie... Defizite. Machen wir mal den hier und den hier. Jetzt haben wir nur noch minus zwei. Dann machen wir das gleich mal hier auch. Jetzt haben wir genug. Und jetzt können wir hier auch genug produzieren. Drohnenstock. Dann müsste ich die hier hinten. Exekutieren. Vielleicht hängen sie hier vorne dran. Neue Baupläne verfügbar. Willkommen in meinem Haus. Äh, den hier und dann den her. So, und hier. Und da, und da, und da. Drohnen. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Drohnen. Schade, hier können wir nur drei hinsetzen. Und hier sogar noch weniger. Ne, hier vier immerhin. Aber noch drei. Haben wir noch eine Recheneinheit, aber... Naja, gut. Und hier. Gar nicht. Ja, wir haben immer noch genug Arbeiter. Ja, wir haben noch mehr. Äh, mh. Hab ich die Tür abgeschlossen? Fuck. Was fehlt uns jetzt? Aluminium, gell? Äh. Scheiße, 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 scheiße. Oh, Mann. Ah, Dummheit over 9000. Scheiße. Das hält mich voll. Also sowas passiert mir auch eigentlich recht selten, muss ich sagen. Ich hoffe, das bleibt doch so. Oh ja, Überraschungssuppe. So, auch wieder Drohnen. Wie sieht's eigentlich mit dem Fisch aus? Haben wir genug? Weil ganz ehrlich, dann tue ich die stilllegen. Das ist denn immer noch ein Plus. Weil wir hier ganz viel Fisch haben. So, jetzt haben wir überhaupt nichts. Aber dann mache ich jetzt mal hier. Den hier. Und setze hier noch einen Rundstock wenigstens hin. So, hier auch. So nach da oben. Die Wartung. Die Wartung, Leute. Ich glaube, das ist falsch, was wir machen. So, jetzt brauchen wir hier wieder Arbeiter. Aber das ändert sich hier kaum. Die Wartung, brauchen wir eher den Finanzrechner? Nee. Die haben nur die Akkumulatoren-Einheiten. Die hier hatten doch die Akkumulatoren. Nee. Verdammt, welche hatten denn diese Rechenzentren? Hier ist eins. Kreditwartung. Das wusste ich noch nicht, Idiot. Warum reißt der denn alles immer ab? So, was war das? Ich hoffe, Aluminium war das. Oder? Schätze ich mal. Vorsichtig mit dem Müll! Wo habe ich meine Notizen gelegt? Nee. Keine Ahnung, was das jetzt war. Ja, wir haben ja noch hier die Konservenfabrik. Haben wir auch nur Arbeit, Energie, und Lager. Oh, zu wenig Energie. Hoppla. Der liefert genug. Er liefert hier. Nicht genug. Oh, der hat das. Das brauche ich. Damit müsste ich doch eigentlich runtergehen, oder? Wartung 600 und hier haben wir Wartung 1000. Genau, damit können wir... Oh, was ist denn auf einmal? Alte Hilfe! Hilfe! Also, ich weiß es nicht. Was machen wir denn da jetzt? Lagerung ist Quatsch. Dann machen wir lieber hier die Akkumatorin hin. So, in dieser Folge, da hat man meine Maus diesmal nicht gesehen, weil ich die noch von Tomb Raider noch ausgeschaltet habe, weil bei einer Folge oder bei mehreren Folgen ist es passiert, dass mitten im Bildschirm einfach die Maus war. Und das Blöde ist, in meinem Fenster, wo ich die Xbox drinne habe, beziehungsweise das HDMI-Bild, da kriege ich keine Rückmeldung, ich sehe die Maus da halt nicht. Deswegen war das ein bisschen suboptimal. Wie gesagt, morgen, ich habe eben schon geguckt, morgen in der Folge ist wieder die Maus zu sehen. In dieser Folge leider nicht. Naja, was soll's. Alles klar, so. Zwischen wir rum. Endcard-Wechsel. So, jetzt hast du rechts unten weitere Projekte und noch Social Network unten in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeiguckst. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Anno2205. Bis zum nächsten Mal.